Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilg. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 830 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Das Objekt? Das Objekt?